Herzlich Willkommen bei Betten Kirchhoff. Wir sind seit 1899 im Herzen Bielefels für Sie da. Wenn Sie nach hochwertigen Boxspringbetten, Matratzen, Kopfkissen, Decken oder Wollauflagen suchen, sind Sie bei uns genau richtig. Unser freundliches und fachkompetentes Team berät Sie ausführlich, um Ihnen zu dem erholsamen Schlaf zu verhelfen, den Sie verdienen. Leiden Sie unter schlechtem Schlaf und dadurch an Verspannungen? Wir analysieren die Ursache und finden die passende Lösung für Sie. Egal ob es am Lattenrost, einer zu weichen oder zu harten Matratze oder dem falschen Kissen liegt, mit uns finden Sie traumhaften Schlafkomfort. Gerne stellen wir auch Ihre Sonderanfertigung ganz nach Ihren Bedürfnissen in sorgfältiger Handarbeit her. Wir sorgen dafür, dass Ihr Schlafplatz perfekt zu Ihnen passt. Bettenkirchhoff – Wir sorgen für guten Schlaf! Gut, dass Sie sich da oben als Schlaf bekommen lassen! Gut! Gut!